Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Diablo 4 und leider kleinen Startproblemen, die es momentan aktuell anscheinend nur auf der Playstation gibt, denn ich habe relativ viele Screenshots dieser Art und Weise erhalten bei mir in der Inbox. Es kann keine gültige Lizenz für Diablo 4 gefunden werden, Code 315306 und das geht vielen so. Das geht leider auf der Playstation sehr, sehr vielen Spielern so. Das Gute ist, wo viele Spieler mit vielen Problemen sind, gibt es auch Lösungsansätze und dort lohnt es sich immer mal wieder, besonders ins offizielle Diablo 4 Reddit hineinzuschauen. Downloading a free game is working but not for GameShare People zum Beispiel hier oder hier auch, lade ein freies Spiel herunter und dann spiele Diablo 4, es hat funktioniert. Also viele Leute sagen, dass es bei ihnen funktioniert. Es ist natürlich keine Garantie, aber probiert das. Probiert einfach irgendein kleines Gratisspiel, meinetwegen PS Plus Titel oder ähnliches herunterzuladen, am besten so klein wie möglich, damit es so schnell wie möglich geht und anschließend dann Diablo 4 zu starten und dann sollte hoffentlich das Lizenzproblem der Vergangenheit angehören. Das wäre der erste Lösungsansatz. Ein weiterer, den wir hier nochmal sehen, ist, ja, der User sagt selber, er war geschockt, dass es funktioniert hat. Er hat sein Passwort resettet. Er hat sein PSN-Passwort resettet und daraufhin ging es. Also ist halt so, ist halt einfach so, kann man jetzt irgendwie so gar nicht erklären, warum das in irgendeiner Weise einen Zusammenhang haben sollte. Aber wenn es hilft, ich meine, was soll's, ich kann auch gerne meine Playstation gerne dreimal im Kreis drehen, wenn ich dafür dann Diablo 4 spielen darf. Also ist es mir eigentlich egal, wenn das Hexenwerk ist oder nicht. Hauptsache, man kann zocken. Daher, also, Variante 1, ihr ladet irgendein anderes Spiel herunter und probiert dann Diablo zu starten. Variante 2, so strange das klingt, ihr resettet euer PSN-Passwort. Und dann kommen wir zu einem weiteren Problem, na, obwohl Problem mag ich das nicht unbedingt nennen, Gamesharing. Da gibt es keine Hilfe auf diese Art und Weise, denn das ist von Blizzard absichtlich geblockt. Gamesharing während der Vorabzugang-Phase. Also nur jetzt während des Vorabzugangs, danach funktioniert das Gamesharing ganz normal, so wie das einige von euch ganz bestimmt gewohnt sind. In der Vorabzugang-Phase schreibt hier Blizzard offiziell, müsst ihr ein Spiel joinen von einem Spieler, der das Spiel gekauft hat. Also der die Lizenz wirklich hat, das Spiel könnt ihr joinen, könnt dann auch während Vorabzugang bereits spielen. Ansonsten gilt es bis zum offiziellen Release zu warten. Und dann soll es hier auch keine Gamesharing-Probleme mehr geben. Und wenn ihr jetzt hier auf der Xbox unterwegs seid und euch denkt, was sind das da für Probleme? Bitte schreibt mir doch mal rein, wer möchte, wie es denn dort mit dem Gamesharing aussieht. Denn diese Probleme habe ich bisher alle nur von der Playstation gehört. Die offizielle Angabe wieder von Blizzard, wir haben es gerade gesehen, ist hier, dass es generell nicht funktionieren soll. Aber wie gesagt, ich habe bisher nur Playstation-Probleme gehört. Liegt natürlich auch daran, dass es in meinem Umkreis nicht so viele Xbox-Spieler gibt, die mir das bestätigen oder verneinen können, wie auch immer. Deswegen bin ich dort auf eure Hilfe angewiesen, ob das mit dem Sharing auf der Xbox funktioniert oder ob dort dieselben Probleme sind. Was heißt Probleme? Es ist ja so, von Blizzard gewollt ist es ja kein Problem in dem Sinne. Ansonsten, diese Lizenzfehler, die wir eben gerade schon hatten, das scheint angeblich ein PSN-Problem zu sein mit irgendwelchen Überlastungen oder was auch immer das zusammenhängen mag. Ich hoffe, dass es euch hilft. Und wenn es euch hilft, irgendein kleines Spiel herunterzuladen und dann anschließend Diablo 4 zu starten, dann schreibt doch bitte auch unten in die Kommentare hinein, dass es für euch erfolgreich war, dass ihr damit dann ja endlich rein starten konntet in die Welt von Diablo 4. Ich drücke euch auf alle Fälle ganz, ganz fest die Daumen und hoffe, euch mit diesem kleinen kurzen Video hier geholfen zu haben, was ich auch extra versucht habe, so kurz wie möglich zu gestalten, um einfach schnell für euch die Problemlösung parat zu haben, statt euch fünf Minuten vorher irgendeinen anderen Schmarrn zu erzählen. In dem Sinne, ich danke euch fürs Dabeisein. Hat das Video geholfen? Denkt an den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Denn, genau, mit Glock aktiv verpasst ihr a. kein weiteres neues Video und b. nichts von dem ganzen Diablo 4-Content, der hier bald auf euch warten wird. In dem Sinne, danke ich euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.